Ja, ich bin die Steffi. Ich bin der Ben. Und wir sind heute hier in der Essener Innenstadt unterwegs mit den grünen T-Shirts. Die Aktion ist von Gleisarbeiten und Ruhrfisch. Und auf dem T-Shirt steht, in mir steckt ein Christ. Und ja, wir wollen ganz bewusst darauf aufmerksam machen, dass in uns ein Christ steckt. Aber auch Fragen, woran erkennt man die Christen und wie die Leute das finden, dass wir diese T-Shirts tragen. Und es macht eine Menge Freude, heute hier zu sein. Ja, mein Name ist Ivan. Ich komme von der CAJ und von der Jugendkirche Laudate. Ich mache heute mit, weil ich einfach die Leute hier auch zeigen wollte, dass ich mein Christsein auch für alle Leute zeigen will. Und ich schäme mich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich. Und ich finde die Aktion echt sehr klasse. Danke euch. Ja, hallo. Ich bin der Christoph, 33 Jahre alt. Ich bin Schuhseesorger im Bischof im Schulzentrum und Mitarbeiter bei Gleisarbeiten in Gelsenkirchen. Und als Gleisarbeiten haben wir heute den Tag mitorganisiert mit Ruhrfisch. Deswegen bin ich auch gerne dabei. In mir steckt ein Christ. Ich finde es gut, dass wir das auf so einer Ebene hier deutlich machen, dass viele, viele angesprochen werden, junge und alte. Und wir so noch mal ganz offensiv Kirche sind. Ja, ich bin der David. Ich bin 18 Jahre alt und in mir steckt ein Christ, weil ich es wichtig finde, auf die Menschen zuzugehen und Zeugnis zu geben, mit ihnen über den Glauben zu reden und im Glauben, ja, einfach den Glauben aufrechtzuerhalten durch das Gespräch. Ich finde die Aktion großartig und bin auch sehr dankbar dafür, heute hier sein dürfen zu können. Und ja, ich gebe einfach mal weiter. Ich bin Schwester Kerstin Marie und ich mache heute hier mit, weil ich es eigentlich eine gute Idee finde, zu sagen, wir zeigen uns und wir versuchen mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen über das, was uns bewegt, was wir sind, dass wir Christen sind. Ja, und das mitten in der Stadt, mitten an einem Samstag. Deswegen mache ich mit. Ja, hallo, wir stehen jetzt hier in der Essener Innenstadt und haben uns als Christen ausgewiesen. Auf unseren T-Shirts steht, in mir steckt ein Christ. Wir sind eine große Gruppe von so 15 jungen Leuten vielleicht. Und nun wollen wir für kleine Interviews Leute ranholen, die bereit sind, sich vor die Kamera zu stellen und ein kleines Statement abzugeben zum Thema Glauben und Zeugnis abzulegen und ja, was das so für einen Eindruck macht, wenn wir hier mit diesen grünen T-Shirts durch die Gegend laufen. Untertitelung des ZDF, 2020